Kennen Sie das? Unangenehme Gerüche aus der Waschmaschine, auch direkt nach dem Waschen? Da fragt man sich, ob die Wäsche noch hygienisch sauber wird. Bei jedem Waschgang bleiben Schmutz und Waschmittelreste zurück. Hieraus können Mikroorganismen entstehen, die üblen Geruch verursachen. Gerade bei niedrigen Waschtemperaturen. Der Dr. Beckmann Waschmaschinen Hygienereiniger löst dieses Problem zuverlässig. Geben Sie das Pulver einfach direkt in die leere Waschtrommel und starten Sie dann den Hauptwaschgang bei mindestens 60 Grad ohne Waschmittel und ohne Wäsche. Der Maschineninnenraum wird jetzt hygienisch gereinigt. Alle Ablagerungen und unangenehmen Gerüche werden wirksam entfernt. So riecht bei der nächsten Wäsche wieder alles sauber und angenehm frisch. Hygienische Sauberkeit statt unangenehme Gerüche mit dem Dr. Beckmann Waschmaschinen Hygienereiniger.